12 Volt oder doch 230? Wie war das nochmal? Damit euch nicht der Saft ausgeht, erklärt dir dein Team Weinsberg alles, was du zum Thema Stromversorgung wissen musst. Und das in unter zwei Minuten. Dein Wohnwagen kann entweder mit 12 Volt aus einer Batterie oder mit 230 Volt Landstrom versorgt werden. Auch wenn du mit der 12 Volt Versorgung die meisten Geräte wie den Kühlschrank oder die Wasserpumpe kurzzeitig betreiben kannst. Für den Standbetrieb und alle Geräte mit Netzstecker benötigst du hingegen 230 Volt Landstrom. Jetzt kümmern wir uns um die Stromversorgung mit 230 Volt. Zuerst müssen wir das Elektrokabel mit der CE-Buchse des Fahrzeugs verbinden. Achte darauf, dass die Arretierung sicher einrastet. Und hier noch ein paar Hinweise zum Kabel. Um Spannungsabfälle zu vermeiden, sollte das Kabel nicht länger als 25 Meter sein. Wir empfehlen ein witterungsfestes Kabel mit dieser Norm. Und zu guter Letzt, die Kabeltrommel sollte immer komplett abgerollt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Das Kabel jetzt mit der Stromsäule des Campingplatzes verbinden und deine Stromversorgung ist hergestellt. Nun werden alle elektrischen Geräte in deinem Wohnwagen versorgt. Wie zum Beispiel das Licht, der Kühlschrank, die Wasserpumpe und die 230 Volt Steckdosen. Bei Problemen immer erst den Hauptschalter sowie den Sicherungskasten überprüfen. Falls dein Wohnwagen eine Batterie hat, wird diese gleich mitgeladen. Den Ladezustand kannst du ausstattungsabhängig am Bedienpanel überprüfen und die 12 Volt Versorgung aus der Batterie aus- und einschalten. Alternativ kann der Caravan auch kurzzeitig mit 12 Volt aus der Starterbatterie des Zugfahrzeugs betrieben werden. Aber damit lieber sparsam sein. Nicht, dass deine Starterbatterie komplett entladen wird. Ist dir ein Licht aufgegangen? Egal ob mit 12 Volt oder mit 230. Mit deinem Weinsberg bist du immer rundum versorgt.